Ja, komm, wir lassen den Darm-Revue passieren. Wir kommen dabei, das ist die Kamera von Weiss-Wampisch. Wir kommen noch bald 23 Grad an, ob der Mussel sieben Sonnenstunden, also nicht schlecht. Für den Ende September geht auch an den nächsten Tisch definitiv so weiter, man hat ganz viel Sonnentisch einfach nicht mehr genießen. Wenn wir so die nächsten 24 Stunden am Detail angucken, an der Nüchstung ist es ziemlich ständig klar. Es vermehrt sich auch ein paar Niveau wie die letzten Nüchstentemperaturen. Degi-Navarov, weil die Luft hier abgeht, minimal 3 Grad ein Rieschmann der Gäuchen vorbeifeln. Nur der Morgen möchte schon den Niveau der Sonnenplatz. Wir sonnen den ganzen Tag, man hat uns nur ein paar Wollecken für die Rundbläufe. Dreschen an Temperaturen, die leiden um, sondern so lange die Mussel mit der Sonnen sind noch 2,23 Grad menschlich. Der Barometer ist noch immer relativ feucht, bei 1022 Hektar Pascal. Wenn ihr Moris kennt, dann wünsche ich euch viel Glück für den Namen der Monika. Nur um 9 Minuten für eine halbe Fahne geht dann noch den Hirscht und den astronomischen Hirscht.